Ich denke mal, mit der Leckerwein haben wir eine Veranstaltung geschaffen, die jetzt im Oktober kurz vor Weihnachten eigentlich genau zur richtigen Zeit kommt. Das Wetter wird kälter, man hat wieder Lust auf schöne Rotweine und ich denke, die Resonanz unserer Kunden, die vielen verkauften Tickets und die Freude unserer Aussteller hier mitzumachen, sind eigentlich schon ein guter Beweis, dass wir da eine schöne Veranstaltung vor uns haben. Ich bin hier, weil Freunde mich dazu eingeladen haben, heute hier zu sein. Ich bin gerne Weintrinker, ich trinke gerne einen Rotwein und ich würde die Gelegenheit hier nutzen, um einfach mal verschiedene Weine aus Südafrika zu testen. Auf der Leckerwein 2018 gibt es von sieben Top-Weingütern vom Cup über 70 hervorragende Weine zu verkosten, leckere Tapas, die der Johanniter hier für uns zubereitet hat und ab 20 Uhr noch eine tolle Aftershow-Party. Gutes Essen, leckere Weine, eine tolle Umgebung, man kann richtig die Seele bauben lassen, was will man mehr? Man fühlt sich sehr gut aufgehoben, die Berater betreuen einen am Tisch, also muss ich sagen, rundum einfach toll. Das Besondere an dem Wein ist, dass man, sag ich mal, Weine, die hier angeboten werden, nicht jeden Tag probieren kann. Not only have we got good wines to show, all the other wineries here are all world-class wineries and they're all very good, so it makes sense to come here. Wer die einmal probiert hat, trinkt keine französischen mehr. Es gibt zwar Sorten, die der eine oder andere nicht mag, aber von der Qualität her sind die unheimlich gut. Absolut tolle Weine, super Atmosphäre, nette Leute, wie man es aus Südafrika kennt.